Ja, zwei macht mir... ...macht mir am sinnvollsten. Macht mir am sinnvollsten. Haha, macht am meisten Sinn. Glaub ich jetzt so. Würde ich jetzt mal so behaupten. Geht das hier lang? Okay, hier muss noch mal einer. So. So. Hä? Ah, okay. Macht Sinn, dass das dann nicht funktioniert, ne? So, 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 so. So, 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 so. So, so. So, 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 so. Und dann machen wir den weg. Und den weg. Und den weg. Und zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und dann so. 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 Vielleicht wird das Ganze ein schöner Weg. Nach unten. Und wir haben kein Gravel mehr. Doch, ein 64er-Stick haben wir noch. Aber nur noch eins. Ist das letzte. Auf dem Weg. In unser... Sowieso. 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 Jetzt machen wir hier so ein. Zack, 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 zack. Ähm. Zack, 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 zack. So. 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 Nee. Nein, das passt nicht. Shit. Shit, shit, shit. Warum? Okay, wir machen das Ganze. Zwei. Nee, das ist jetzt ja drei hoch. So wollte ich das gar nicht. Ich wollte das so haben. Dafür muss der Baum hier wieder weg. So. Schön, 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 schön. Der Baum ist jetzt auch weg. Der Baum hat sich ausgebäumt. Oder ausgewachsen. Ausgewachsen klingt besser. Der Baum hat sich ausgewachsen. Wahaha. Ausgewachsen. Haha. Hu. Haha. Haha. Mu. 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 Ha. 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 Wie lustig ich doch bin. Unglaublich. Mu. Ha. 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 Und dann kommt da einer. Da einer. Und. Da. Da. So. 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 Jetzt sieht das Ganze schon viel eleganter aus. Oh ja. Jetzt kommt hier unten. So. Ein Zaun hin. Und dann da drüber kommt. Äh. Haben wir kein Glas mitgenommen. Ich brauch Glas. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder so blind und seh das nicht. Hä? Es scheint so als hätten wir kein Glas mitgenommen. Hm. Was tun wir nun? Huhn. So. No. Kann man das nicht besser nach einem? Ja. Machen wir das hier noch einen runter. So. Und dann kommt da oben auch noch einer hin. So. Dann kann man hier schön runter. Oh. Der Eingang zu unserem. Case. Case. Äh. Hä? Nicht hier. Hä? Wie lag es auf der Zunge? Jetzt ist es abgehauen. Ähm. Cave. Genau. Der Eingang zu unserem Cave. Trieb. Als wären wir das ja auch noch eben schnell. So. 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 so und dann so weiter so weiter die müssen noch über die türen rein was für ein doofes das ist ja echt doch dann machen wir jetzt mal türen nein nein so so wollte ich das haben auch her schätzungsweise hier sind mal fünf türen sagen glaube ich jetzt glaube ich glaube ich glaube ich da ist ganz wichtig da auch und so jetzt hier noch eine und dann fehlen noch eine tür fehlen auch noch und eine eine tür tür eine eine und wir schlafen jetzt erst mal und sind voller frohen mutes und starten in einen neuen tag ja 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 oh ja so jetzt haben wir hier oh mein gott spinnen ich dachte die greifen mich tagsüber nicht an wurde mehr gesagt aber die kommen trotzdem auf mich zu und greifen mich an habe ich das gefühl naja ähm jetzt werden wir hier unser Grundstück sag ich mal so abstecken 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 ähm ne das ist irgendwie eine doof Idee das abstellen vom Grundstück dann besser nochmal so und so und dann gehen wir nochmal Darth ein creeper oh man wie ich diese viecher hasse wie oft sie mich schon getötet haben ich hasse creeper oh mein gott wer hat sie auch nicht erfunden wer ist dieser erfinder dieser creepers creeper 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 das ist warum warum wurden die creeper erfunden wer hat sie erfunden wer ist der verursacher wer war es wer wer nur so 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 und da machen wir hier so 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 Mist das wollte ich eigentlich nicht so dann werde ich das bis 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 wann mach ich das denn ich weiß es nicht nicht also das hier kann schon mal weg so oder ne da hab ich ne idee okay ähm ähm das lassen wir so 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 machen wir das ganze dann ne einen nur so 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 da muss da noch baum hin junge gib mir noch baum wir haben stress hier weißt du damit das alles schön aussieht so 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 dann brauchen wir hier den holz den holz genau leeren deutsch mein freund und hier noch zwei sind das das hier sind noch drei oder ja so 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 sooo und dann geht das hier weiter dann machen wir den bäum hier weg und Und dann wird die Musik jetzt aus.